Ich möchte jetzt Gulasch. Das ist auch wie Gulasch. Nein, es ist so... Nur ein Soja. Mit... Frischkäse-Sungo. Gruselst du eigentlich nicht? Ha, wieso? Kannst du gleich noch einen Brocken von einer Palme essen? Nein, das kann man nicht. Ein bisschen mehr. Ich fahre Carbs während der Woche. Ein bisschen weniger als normalerweise. Aber eine Woche, Sunday morning, nach dem Weit-Check, ich hatte etwas Brat, aber nur von Spelt, kein Weed. Ja, und andere Sachen. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal, auf den Str Naz徽, Auf der 1st Juni, 2017. Ich hatte 100 kg. Das bedeutet, ich hätte 95 kg. Und drei Monate später, am 1 September 2017, möchte ich 89 Kilogramm bekommen. Sometimes it's really hard to do this diet, because some friends at work, they always Ich habe immer so eine Sprache zu essen. Ich habe immer so eine Sprache zu essen. Ich weiß nicht. In meiner Art und Weise zu essen, ich werde fast alles essen, aber immer auf der richtigen Zeit. Also, sehen wir, was ich diese Woche und sehen, was sie essen. Und die die Angst ist nicht. Ich bin so ein Sprache zu essen. Für deine Motivation musst du ein Goal. Wenn du mehr fit bist, oder wenn du mehr schön bist. Ich weiß nicht, es ist wirklich wichtig, dass du etwas im Endeffekt sehen kannst. Ich weiß nicht, es ist wirklich wichtig. Ich weiß nicht, es ist wirklich wichtig. Ich weiß nicht, es ist wirklich wichtig.